Wir haben uns zusammen ein letztes Mal bei Marinas Mädels, irgendwo gerade zwischen Toronto und Frankfurt. Wie die meisten von euch wahrscheinlich schon wissen, haben wir gestern unser Final gegen Kanada leider verloren. Das ist sehr schade. Trotzdem oder vielleicht sogar wegen der Silbermedaille wurden wir aber netterweise abgegradet und dürfen Business Class zurückfliegen. Vielen Dank an die Lufthansa. Wie ihr seht, es ist wirklich hier fürstliches Dinieren heute Abend. Ich zeige euch mal, wo die anderen sitzen. So. Kein Problem. Jetzt Simone. Und noch zuletzt Maya und die Dina. Ja, also mir hat Spaß gemacht mit dem Vlog, ich hoffe euch auch. Ich sage Tschüss und wir sehen uns vielleicht irgendwo nächste Saison. Tschüss. Danke an alle Fans.